Ich komme gerade aus dem Lach nicht mehr raus. Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist die Doppelzelti und willkommen zu einer weiteren Part Why Play Throwback. Sorry erstmal, dass vorgestern keine Folge kam. Das habe ich irgendwie so ein bisschen verplant, Leute. Es tut mir sehr leid. Aber dafür wird die heutige Folge der absolute Wahnsinn. Und mit dabei ist der Mann. German Let's Play. Der German Let's Play ist mit dabei, Leute. Ist es nicht schön. Und wir spielen heute eine Runde Hacksball. Natürlich hat der German Let's Play der Manu hier eine Facecam auch mit am Start. Denn damals bei Why Play gab es immer die Facecam. Deswegen muss er jetzt natürlich auch mit dabei sein. Wir spielen auch eine Hacksball, Hacksball. Wir sind auf jeden Fall Hacker. Achso. Bist du bereit? Ja, mach mal. Das haben wir damals nicht gespielt bei Why Play, muss ich gestehen. Ah, verarschen wir da die Leute. Aber, Leute, verarschen! Da macht er in Gomme-Mode! Oh. Oh mein Gott, wie das ein Tor? Nee, will's nicht. Oh, das war so Egen. Oh, ja. Oh, no! Oh, no! Oh. Oh. Nein! Jetzt! Alter, nein! Alter, nein! Ich bin im Anmarsch! Ich bin im Anmarsch! Hihi! Hihi! Dad, ich hätte das geblockt. Ich hätte noch gewartet, dass du Arsch. Ich wollte es spannend machen. Aber das ist ja ein Browser-Game. Wir haben halt früher die ganzen Browser-Games gespielt. Und es gibt so wenige Games, die man so spontan mit wem anders und ausgedribbelt. Natürlich hier ohne Ende. Und der blockt mich. Die man mit anderen spielen kann. Deswegen könnt ihr auch gerne noch andere Browser-Games... Ha, ha, ha! Oh, fuck. Oh! Eing Tor! Ja! Uiuiuiuiui. Das ist jetzt mein Tor, ja, ne? Ja, ja. Der ist jetzt für dich drin. Oh Gott. Wir haben jetzt, glaube ich, das Ganze auf fünf Minuten gestellt. Nein! Alter! Nein! Ja! Nein, ich habe mich verdrückt! Oh, war das knapp. War das knapp, Alter, Alter. Nee, war es gar nicht. Und wir haben übrigens auch eine Runde... Nein! bei manu aufgenommen allerdings keine rote hax bei mir ja komm alter leck mich doch am arsch ja komm wieder wieder zu mir gedrückt so richtig scheiße das fühlt sich gut an da habe ich mich ja quasi selber outplayed haste white plate habe ich nicht nein was alter ich bin aber auch dumm wie scheiße ne ach komm als opi opi in deinem mundi ja ja lol wieder schon oh mein gott schlechtestes tor eu hast du nicht verdient ich weiß gar nicht ah 5 war das limit das war gar nicht hier sich das noch zurecht legt hier wir haben das golle mit mal viel höher wir machen mal viel höher hier 10 oder nicht der admin oder was ne wir sind beide admins deswegen kannst du das wie es einfach nicht direkt gemacht das mama höher zack 10 wie knapp war das denn wenn du da nicht ran zooms und ja klar eiskalt verwandelt alter ja ich bin auf ich bin raus oh alter ach nee als ob alter mir fällt auch gar nicht mehr viel ein außer die ganze zeit nur so ja ja komm schon mach Platz direkt zu mir outplayed nein du hast den weg du fettig fettig nein oh gott es ist zu knapp alter jetzt geht doch gar nicht du fällt die ganze zeit nichts ein außer oh ja geiler mach mal Platz alter ich habe mich übelst angesammelt gerade ja ja zoom an deine sabber ran mach mal ein bild in hd was du alter ich hasse das spiel das ist so schlimm wie nithawk oh so ne scheiß stimmt nithawk wäre eigentlich auch nochmal ne idee nein also nicht mit mir junge nicht mit mir ich hasse das spiel für den stress ist einfach zu starker psychischer stress oh nein oh da hat er das eiskalt versemmelt wollte ich fast sagen so ein lappen alter oh das wird bestraft ein Tor gönn dir alter ach ich wollte es ein bisschen wäre machen für mich ja also Leute wie gesagt wenn ihr noch browser game vorschläge habt können wir das gerne spielen ich weiß irgendwie hat das gerade nicht so viel mit white play throwback zu tun doch total viel weil du noch nie white play geguckt hast oh nein oh no aber ihr wisst gar nicht wie oft manu damals bei white play da war hahaha der hat ja immer bei outlast mitgespielt davor sind wir ja dann immer weggerannt das war ja einer von diesen gefährlichen da waren wir noch jung da waren wir noch jung und grazil komm mal rein nein komm mach dein oh ey das gibt's doch jetzt nicht nein mach dein geräusch dein geiles geräusch du weißt was ich meine mein geiles geräusch oh ja ja genau das oh ja das ist echt ein geräusch das werde ich nie können das werde ich nie können ich hab das schon so oft probiert weil ich das so beeindruckend fand oh ja mach mal nach manu mach nach oh ja ich hab angefangen hat er mit Chris von BullshitTV oder so der das immer gemacht ich hab das ich glaub ich hab das auch noch nie groß in den Parts gemacht ich hab es einmal gemacht und dann alle so hey was war das da gerade bei sieben Minuten irgendwas was war das da gerade hat der das gemacht was war das für ein Geräusch war das gerade war das ein Sound den er eingespielt hat oh ja oh das war aber nice das war nicht schlecht aber Knapptonio ist auch vorbei du Wichser komm ich versperre dich einfach überhaupt keine Lust auf so eine Scheiße hier du schmierst mich einfach weg ja ich schmier dich weg wie so ein dreckigen Popel oh no noch führe ich ne darf ich fast gar nicht ausbrechen oder ja oh no oh no oh knapp was so knapp alter ihr geht jetzt rein nein ja das ist dieses Spiel das ist so einig ich hab meine Finger tun weh ich hab oh no haha easy easy ich nur gesagt haben lol fail lol und dann krieg ich direkt einen in die Fresse alter nur weil ich fail sag das ist echt so ne das Spiel alter ich geh auf wenn er reingeht geh ich auf okay ein Tor schon zwei ein Tore ne ist dir schon klar also eigentlich ist es mein dein Sieg du hast locker schon fünf Tore was ist wenn ich hier zu mache jetzt oh und dann so mit der Wande mitlaufe und Fick Dich Fick Dich ah oh 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 war das nein nein wie er sich da durchgesetzt hat einfach er war durchgesetzt ey ich trau mich nicht komm doch das ist ja fast gemacht hey 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 dann macht er so nen Laschen alter ja das stimmt traut sich er es nicht wie so ne Putzi alter wie sie Putzi nein du weißt ganz genau das wird sich alles rechnen alles Sorges ja nice oh ah dieser Geräusch jetzt geht er rein ja genau geht er rein oh ja oh ja nein oh Gott nee keine Angst nee okay nee dann geh an ich blöd ich ich mann irgendwas muss doch hier passieren einfach nur noch die ganze Zeit du willst unten ne okay dann geh ich auch unten nee lass mal grad weg das ist doch dumm nein das war nicht dumm weg damit ja überhaupt keinen Bock drauf noch Platz nein ja alter alter mein Hals ich hab glaube ich mein Hals verletzt ich hab ne Zerraugen in meinem Hals oh oh nein du dreckige Notchel ja nein oh ist das knapp oh ist das knapp nein ja wohin jetzt mit meinem Leben ich komm nicht dran vorbei das war so schlecht ey ey mir wird schon schwindelig vom Schreien gerade ich strike deinen Part weg ich strike deinen Part weg nein ist vorbei du hast die Zeit stimmt nein ey das ist der zweite Sieg einfach ne ja 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 Leute aber wie ich mich gebessert habe vom ersten Match bis zu dem aber das ist ja echt richtig krass ich weiß nicht ob man bei dem Spiel irgendwie was können muss oder so aber das war auf jeden Fall echt ziemlich knappes Ding Leute das war's nochmal mit dem heutigen Throwback Story wegen letztem Mal Leute ne 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 ich komme gerade aus dem Lach nicht mehr raus aber Leute take this is ich ne das lieb ich zuerst bis dann und tschüss oh ja oh ja